Stell dir vor, du liegst in deinem Bett. Du hast dich gerade hingelegt und es ist dunkel. Als du versuchst einzuschlafen, drehst du dich auf den Bauch und hörst es. Atmen in deinem Zimmer. Langsam und keuchend. Stell dir vor, wie du in deinem Bauch ein komisches Gefühl bekommst, das immer stärker wird. Du beginnst zu überlegen, ob du dich umdrehen sollst. Der Verstand sagt dir, dass es so etwas wie Monster nicht gibt. Du siehst jetzt bis zehn, nur um dich dann doch nicht umzudrehen. Das Atmen ist immer noch da. Doch es klingt vordernah. Du nimmst dir vor, dich umzudrehen. Jetzt, doch in deinem Zimmer ist nichts. Jetzt, lass dich nicht täuschen. Ich jage wie eine Katze. Schnell. Unsichtbar. Tödlich. Ja, vor allem tödlich. Du hast keine Chance, wenn ich mit dir spielen will. Aber ich tröste dich. So schnell wirst du nicht sterben. Also wenn du etwas in deinem Zimmer atmen hörst, denk an mich. Tschüss.